Wir alle wissen, dass der Schlüsselfaktor beim Verkauf einer Immobilie die Lage, die Lage und noch einmal die Lage ist. Doch das ist nur eine Sache. Oft werden wichtige Elemente einer Transaktion von Immobilienbesitzern übersehen, weil es ihnen an Erfahrung mangelt oder weil sie den falschen Makler gewählt haben. Diese beiden Punkte können sich als teure Fehlentscheidungen herausstellen. Die falsche Preisgestaltung für die Immobilie ist der häufigste Fehler. Wenn der Preis zu hoch angesetzt wird, werden vergleichbare Immobilien attraktiver erscheinen, sodass das Haus ihres Nachbarn anstelle des ihrigen verkauft wird. Wenn der Preis zu niedrig angesetzt wird, verschenken sie unnötigerweise Gewinn. Die Festsetzung des Verkaufspreises ist eine Kunst, für die man alle Informationen über die Marktbewegung, Nachfrage, Zustand des Hauses und natürlich die Lage in Betracht ziehen muss. Ihr Remax-Makler wird all diese Faktoren im Verkauf berücksichtigen. Der zweithäufigste Fehler von Verkäufern besteht darin, die Immobilie nicht ausreichend für den Verkauf vorzubereiten. Wenn ein Kaufinteressent feststellt, dass die Immobilie nicht ausreichend instand gehalten ist, wird er sich auch über andere mögliche Mängel Gedanken machen und ihn davon abhalten, sich in ihr Eigenheim zu verlieben. Ihr Remax-Makler kann Ihnen helfen, Ihre Immobilie fit für den Verkauf zu machen. Die wirksame Vermarktung ist der dritte wichtige Faktor, bei dem oftmals Fehler in der Umsetzung passieren. Remax macht diesen Punkt zur Priorität. Das beginnt mit erstklassigen Fotos, um die Vorzüge Ihrer Immobilie ins rechte Licht zu rücken, sowie die richtige Inszenierung Ihrer Ausstattung. Ihr Remax-Makler steht Ihnen hier mit seiner Erfahrung zur Verfügung. Ihr Makler wird dann den richtigen Mix aus klassischer und Online-Werbung wählen und dabei unsere lokalen und nationalen Webseiten sowie das Remax-Maklernetzwerk nutzen. Die Vorteile einer weltweit bekannten Marke zieht lokale als auch internationale Käufer an. Remax kooperiert mit der gesamten Immobilienbranche. Dadurch werden mehr potenzielle Käufer auf Ihre Immobilie angesprochen. Dies erhöht die Chance auf bessere qualifizierte Angebote und eine wesentlich kürzere Zeit am Markt. Den falschen Makler zu engagieren, ist ein weiterer häufiger Fehler. Unerfahrene Makler erhöhen die Chance auf schlechte Ergebnisse. Ihr Remax-Makler hat Erfahrung auf verschiedenen dynamischen Märkten und arbeitet mit aktuellen Marktdaten. Er verhandelt objektiv in Ihrem Sinne und hilft Ihnen sicher durch das Labyrinth der verschiedenen logistischen und rechtlichen Hindernisse zu kommen. Sie können auf seine Professionalität und Erfahrung bauen. Zu guter Letzt versäumen viele Verkäufer, wichtige Details abzustimmen, bevor sie ein Angebot erhalten. Damit dies nicht passiert, wird Ihr Makler mit Ihnen zusammen die Feinheiten im Vorhinein festlegen, wie den angestrebten Nettoerlös aus dem Verkauf, Ihr idealer Übergabetermin, persönliches Mobiliar sowie Kompromisse, die Sie einzugehen bereit sind, um den Verkauf über die Bühne zu bringen. Sie haben es selbst in der Hand, viele Fehler zu vermeiden, die andere Verkäufer machen. Treffen Sie eine kluge Entscheidung. Entscheiden Sie sich für Remax!